Flaute im Bett. Paare haben immer weniger Sex. Warum? Monogamie tötet den Sex und die Lust. Ich liebe meinen Freund, aber ich schlafe seit 20 Jahren mit anderen Männern. Das ist unglaublich, wie das unsere Sexualität bereichert. Das sagt Sophie, 47 Jahre, Grundschullehrerin. Sie lebt in einer festen, aber offenen Beziehung. Sie ist Lehrerin. Ihr Freund ist 42, Chefarzt. Sie haben zwei Kinder, die beide schon studieren und in eigenen Wohnungen leben. Durch eine Empfehlung einer Freundin aus England lernte KTN Lenzi sie in Wiesbaden kennen und sehr bald war das Vertrauen da. Sie und ihr Freund leben ihre Lust frei aus, ganz ohne Eifersucht. Sophie erzählt in dem folgenden Interview, wie das möglich ist und wie dadurch die Liebe in der Beziehung stärker und der Sex besser wird. Hier folgt das Interview, bei dem Sophie von TUI gelesen wird. Viel Spaß! Hallo Sophie! Freue ich mich, dass du Zeit für mich hast. Für einen schönen Mann wie dich habe ich immer Zeit, eventuell auch für vieles mehr. Es war nur Spaß. Du hast mir vorhin dein Alter mitgetan. Das konnte ich nicht glauben. Sophie, ich mag wenig Kompliment, aber du bist eine sehr schöne Frau und du siehst auch für Ende 20. Wie ist das möglich? Hm, der schöne Mann macht mich an. Das wäre für mich eine Ehre, aber meine Frage war wirklich ernst. Sex! Und zu deiner Frage zurückzukommen. Der Sex hält jung. Das wussten die Naturvölker seit je. Okay. Nein, nicht nur der Sex hilft, aber der spielt in meinem Leben schon eine große Rolle. Damit mein Freund weiter Lust hat, mit mir zu schlafen, muss ich attraktiv sein und bleiben. Verstehst du? Dadurch rollen schon viele Sachen von allein. Okay. Du bist frei von Eifersucht. Wie kam es dazu, dass sie selten hier in Europa haben? Als ich mit meinem Freund zusammenkam, das war vor 21 Jahren, war uns beiden klar, dass wir dem anderen die Freiheit lassen wollen, die er braucht. Auch sexuell. Ich kam aus einer Beziehung, wo der Sex schrecklich war. Ich wollte nicht mehr das Gleiche erleben. Eine gesunde und erfüllte Sexualität braucht die Freiheit. Ob man dann wirklich mit den anderen schläft oder nicht, ist etwas anderes. Es muss im Kopf alles möglich sein. Nichts darf verboten sein, auch nicht aus Liebe. Das tut dem Sex nicht gut. Ja, das kann stimmen. Aber was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet, dass sowohl ich mit anderen Männern, als auch er mit anderen Frauen Sex haben darf. Das passiert nicht oft, aber es ist erlaubt und es kommt vor. Ich liebe meinen Mann über alles und ich weiß, dass ich seine Göttin bin. Aber ich schlafe seit 20 Jahren mit anderen Männern. Das ist unglaublich, wie das unsere Sexualität bereichert. Erzählt ihr euch denn davon, wenn es passiert ist oder ist das Privatsphäre für jeder? Unbedingt. Wir reden davor darüber. Wir reden über unsere Lust, unsere Vorfreude. Man freut sich für den anderen. Danach reden wir über das Erlebte, erzählen uns, wie es war. Denn auch wenn es die Sache des einen ist, betrifft es doch uns beide, unser gemeinsames Intimleben. Alles, was ich mit einem anderen Mann erlebe, beeinflusst mein Intimleben mit meinem Partner. Vielleicht hat der andere Mann mich in den siebten Himmel geleckt, auf eine Weise, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe. Dann erzähle ich das meinem Freund, erkläre ihm im Detail, was dieser Mann gemacht hat. Mein Freund freut sich dann darüber, dass er mir auf eine für uns neue Weise Lust bereiten kann. Auf diese Weise bereichern wir unser Sexualleben. Es wird niemals monoton. Das ist der Unterschied zum anonymen Fremdgehen oder wenn man Paysex bezieht. Das, was ich in diesem Fall woanders erlebe, erlebe ich nur dort, denn ich darf meinem Partner ja nichts davon erzählen. Ich darf ihm dieses Neue nicht beibringen. Diese dritte Person, die mir das gibt, bekommt dadurch in gewisser Weise sexuell einen höheren Stellenwert als mein Partner. Ich werde dort immer wieder hingehen, weil mein Partner mir das nicht geben kann. Wo trifft man sich für Sex? Die meisten Paare leben zusammen und nicht jeder kann sich regelmäßig einen Nackt im Hotel leisten. Das ist unterschiedlich. Meist ist es so, dass wir uns den Sexpartner zu uns nach Hause einladen, jetzt wo die Kinder weg sind. Seltener geht man zu demjenigen nach Hause oder trifft sich im Hotel, da in diesem Fall, wie du ja auch selbst auch sagst, zusätzliche Kosten anfallen, aber auch im Urlaub. Als ich noch jünger war, ging es auch im Auto, im Park oder so. Zufällig passiert es auch mal bei einem Seminar oder Workshop. Das heißt, du bist anwesend, wenn dein Freund Dame Besuch bekommt? Oh, wie ist das für dich? Wirst du das nicht eifersüchtig, wenn dein Freund vor Lust mit der anderen Frau stöhnt? Ja, das klingt interessant. Deine Lust auf andere Männer stärkt also deine Lust auf deinen Freund. Wenn nun dein Freund mit der anderen Frau zugange ist und du hörst das oder vielleicht siehst du es auch, wie er sie verwöhnt und sie innen. Kommen sie da keine eifersüchtige Gefühle auf? Wirklich? Kommen keine? Kommen keine? Wo findet ihr eure Sexpartner? In der Regel durch Annoncen im Internet. Da gibt es viele Seiten, wo man inserieren kann. Das ist schnell und unkompliziert. Es kommt auch vor, dass wir ein Escort-Girl oder Boy einladen. Ich danke dir für das Gespräch. Nicht so schnell. Ich lade dich gern zu einem Drink ein. Echt? Du tust nur so, als ob du überrascht bist. Ich? Nein. Das nächste Mal nehme ich deine Anleitung an. Versprochen? Wie man bei uns sagt in Afrika, wie Gott es will. Noch einmal danke. Neugierig geworden auf die anderen Interviews und Tipps und Tricks? Das Buch und Lenzis andere Ex-Sex-Ratgeber findest du bei Indaji, Amazon und überall, wo es Bücher zu kaufen gibt. Das Buch und Lenzis andere Ex-Sex-Ratgeber findest du bei Indi.